Dann auf Internet Oh nice Kann ich mir darüber Pornos angucken? Das weiss ich ...woche nicht da, aber das passt schon Egal Zwei Tage trage ich mich mit einer Freundin und einer ist noch mit dem Kumpel Ansonsten passt das OOOOH Die fette Nutzung der Spaß Das ist krass Sooo Ich hab doch gesagt, ich fahr auch in dem Spiel Warum sind wir schon tot? Nein, noch nicht Weil wir fahren so ein bisschen Offroad Ey, was soll das denn? Ach so Wie bist du da runtergekommen? Ja, ich bin... Du bist teurer, Mann Hahahaha Äh... Hallo? Ja, ja, passt schon Ja... Und fährt durch ein Lagerfeuer, GG Ich bin raus Ja, ich suche... Hahahaha Ah, so... Ah, so wie ich geh in den Arm Oh, Mann Hahaha Das ist so zerstört mein Auto im Keller Mach ich doch gar nicht Okay, some other time Ey, hey, 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 Kollege, bitte Boob Oh, nein Hey! Ja?! Ja! Ver- die... Ich geh weg ! Wenn ich dich jetzt rauspumse, geht's dir. Augen mich jetzt nicht raus, ah danke. Das sprang er aus dem Auto. Mensch, das sind 150 Meter, die wir fahren müssen, Tim. Was, so sagt der Typ, der auf dem Strand gefahren ist, man? Also zu meiner Verzeidigung, ich bin einen ganz schön hohen Berg hochgefahren und bin dann so ein bisschen runtergeflogen. Ja, also ich hab' ne Ausrede. Achso. Platz da. Und du sollst fahren, oder? Ja. Also, ich hol mir noch den Bus vom... Wir überfallen doch jetzt keinen scheiß Burgerladen. Doch, mehr können wir doch nicht. Dann bist du nur ein Kiosk, egal, GG. Nice, ich hänge am Pfeil. I go to fuck your mama. Scheiße, das ist ja zu schwein. No, please. I am moving as fast as I can. Ich zerschieß mal sein Wodka, alles klar. Ja. Pass auf. Oh nein, ich hab ihn abgeschossen. Äh, geh an die Dicks ran. Du musst es einfach rausholen. Schnell, Tim. Jetzt kann er wie ein... Schnell, geh an... gehst du ran? GG, lauf. Ich steig ein. Du fährst, ja. Mach doch. Das geht's. Das war so gar nicht gewollt. Oh my god. Hab ich aber auch nicht mal auf ihn geschossen, Mann. Achso. Aber es hat überlebt, du Arschloch. Meins hätte... Meins hätte er rein theoretisch auch überlebt, wenn wir jetzt noch den Notarzt genug hätten. Achso. Dein Kopf bricht ungefähr aus, Mann. Alles gut. Äh. Alles gut. Ah, Mann, du kleiner Wichser. Das gibt's nicht. Fahr da beiseite. Ach du... Das ist doch nicht... Mann. Ach, Mann. Achso. Ihr Scheiß-Penner. Ja, Henry, was soll der Scheiß? Soll ich dem ja noch entgegen fahren? Na, ich fahr's. Wie die Handbremse, Mann. Womit mach ich das? R1. Da hat die obere Schultertaste recht. Ja. Oder X. Nee, das geht nicht. Easy. Jetzt kannst du mit deinem Handy... Mach mal dein Handy also auf die obere Taste beim... Ja. Dann auf Internet. Oh nice. Kann ich mir darüber Pornos angucken. Das weiß ich nicht. Und dann musst du halt auf Finanzen und Dienste und dein Geld das mal auf die Bank bringen. Dann verlierst du es nicht gleich, wenn du stirbst. Oh, so. Und dann? Ja, wenn ich da draufkrieg, krieg nur irgendwelche Links. Genau, musst du Maze Bank gehen. Hauptmenü. Mais. Und dann Einzahlen. Also Hauptmenü und Einzahlen. Wie viel hab... Wie viel hab... Äh... Äh... Man! Schau kurz in dein Handy, dein nicht tötet uns beide. Scheiße. Guck da liegt aber das, oder? Liegt da noch dein Geld? Ich war im Scheiß Auto und es ist niedergebrannt. Ich glaube das könnte dein Geld da sein, oder? Nee. Ich hab das Gefühl dein Geld ist weg. Was machst du denn? Du langes Kopfschirm. Ohohohoh. Scheiße. Wie die die ihn weggefahren haben. Gott verdammt. Ich tänze im Auto. Uso, ach du kleiner Wichser. Du blöder Wichser. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Auf jeden Fall mit coole Musik im Auto. Ja, musst du gleich ausmachen. Geben Auto. Nimmst du auf? Ja, mal gucken was dabei rauskommt. Warte mal, wir fahren mal zum nächsten. Das Custom. Da kannst du nämlich auch ein bisschen Money machen. Hey du kleiner Wichser. Alles klar nehme ich halt mit. Der blöde Wichser nimmt mich einfach mit. Oh nein, ich hab dich angeschossen. Hast du die tot? Okay, wir können. Der war schwarz, der hat verdient. Du kriegst also auch keinen Stern. Da krieg ich ja wirklich nicht was. Scheiße, da ist er. Und ich wurde abgedrängt. Fick dich. Hey. Guck ins Auto, guck ins Auto. Oh, diese Musik ist so geil. Oh Tim, steig mal kurz ein, steig mal kurz ein. Nein, ich will nicht. Steig, steig ein. Steig ein, steig ein. Komm mit, ich zeig dir den echten Nasen. Ach du Scheiße. Nein. Stop it, wo Hilfe erst du hin? Gott verdammt. Radio ausmachen? Will nicht, Mann. Oh mein Gott. Schau dir an, wie ich für Schäme wegkomme. Ich hab trotzdem meinem Spaß. Ja, das glaub ich dir. Das wär doch, das glaub ich dir. Das wär lukrativ, Mann. Oh, nein, schau dir diese fette Nutter. Ey. Hallo. Hallo. Oh, weißt du was jetzt? Hier läuft der Sip. Hab ich sie getroffen? Warte drauf. Wahrscheinlich ich hab'n Stern. Geht's dran. Wie du umgekürzt bist. Scheiße. Scheiße, noch eins. Ich muss weg. Ich hab' ein Training. Guck mal, Tim. Bringt nix. Du hast gesehen, wie ich runtergefallen bin. Naja. Doch, doch. nicht mann ich hab halt noch so spalt breit leben weißt du du kleiner peller ja den ficken wir jetzt mann er hat fuck you gesagt hallo bist du in den amerika ich darf ihn töten er schwarz töte aber lass ihn zusammenschlagen dann mach ich doch alles das ist mit abstand das rassistische was ich je gesehen habe was ist der geil das ist ein rassistischer menschgericht aus so was mit mir wollen die flippen obwohl ich nicht mehr warte ich komme scheiß mexikaner mann er ist schwarz dass sie zusammenschlagen machen von ernst mann ich hab vielleicht fast hey egal was du hast es passt also ist mal mit einem fagio das wird nicht so einfach ich hab grad den infernos oder wie der heißt fagio ist ein kleiner motor das ist ein bisschen pizza boten gespielt deshalb eigentlich eigentlich ja wir haben wir uns mal jetzt sei aber naja wir haben mal zu nehmen wir dann das andere auto mit fünf leuten steht also ja mann warum scheiße macht das netz gemacht alter film was hast du gemacht äh er gibt halt gas er bleibt stehen auf einmal gibt er gas tippeln zwischen haus wand und auto eingequetscht weißt was ich darauf mache suizid nein hör auf nimm deinen hunter weg ich kann fahren und kaum glaubst du halt nicht du siehst du auch aus oliv du kannst doch CSGO spielen das habe ich nicht war rechts an strand strand also aber aber nico der war ganz schön fies war so fahr mal die penner um so scheiße lass mal cops loswerden ich wollte erst mal warum haben wir cops weil ich dich getötet hab jetzt sitze ich bei dir im auto man jetzt töten sonst jetzt hab ich auch nen stern weil ich getötet wurde ok verdiene krieg nen stern weil ich weil ich getötet werde hey aah scheiße alles gut so ne scheiße habe ich ja noch nie gehört ach scheiße schon wieder bitte macht die bank raub's alleine aus ich schieß ihn auch so in den mann Brauchst du den? Kann man den auch? Ja jetzt muss man... Ich muss einfach so auf die Fresse Oh! Mach schneller! Die Olle! Schnell Tim! Warte ich muss noch kurz den Nigger schlagen Das ist unglaublich Immer wenn jemand auf Maus holt wird der Schwarzer Tim! Ich komm nicht! Tim! Du kleiner Penner wir haben 3 Sterne Na gg man Ich schieb dich rein Tim Nice! Schieb ihn rein bitte Ja ich schieb ihn dir rein Lecker Die Olle! Schnell Tim! Warte ich muss noch kurz den Nigger schlagen Ich gehe das noch kurz an Ich gehe das noch kurz an